So meine lieben Freunde da sind wir wieder bei Comet and Conquer Tiberium was? Bei Tiberium was? Genau. Wir haben ja letztes Mal schon zum 1. April Arbanien probiert. Das haben wir ja nicht so gut hingekriegt. Deswegen probiere ich es heute mal auf leicht. Ja ja, das kennen wir alle schon. Dementsprechend probieren wir jetzt mal auf leicht, das hier endlich mal durchzukriegen, die blöde Mission. Dann langsam nervt es. Oh. Kennen wir alles schon? Kennen wir alles schon? Zielgebiet sicher. Perimeterpatrouille. Alles klar. Kein Feind zu sehen. Durchbrechen. So, macht die fertig. Komm, 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 komm. Feinde identifiziert. So, macht die Basis kaputt. So, die haben wir gleich. Bereits am Angriff. Oh, Einheit verloren. Ach die Scheiße. Angriff. Oh, dass ich da mal eine Einheit verliere. Oho. So, haben wir. Jetzt noch das Kraftwerk und dann geht es ja schon weiter. Dann kriegen wir ja schon den nächsten Trupp. Okay. Wo ich nicht verstehe, warum das ein Bonus-Ziel da sein soll. Aber naja, egal. Infiltrieren. Naja, kennen wir doch alles. Wir sind bereit. Bricks sind Unterstützungseinheiten, die eine vorgeschobene Basis errichten. Fahrtliche Einheiten müssen sich. Die vorgeschobene Basis ist eine schwere Defensivstellung, die beschädigte Fahrzeuge in der Nähe automatisch repariert. Sie haben die Brücke zerstört. Sie wollen über die Brücke. Zerstört sie. Commander, wir wurden entdeckt und Nord hat die Wartungsbrücke zerstört. Geheimbringstarten aktualisiert. Wir müssen ein Ingenieurteam einfliegen, um die Brücke zu reparieren. Einsatzbereit. So. Wir müssen die Flugabwehrstellung. So. Wir müssen die Flugabwehrstellung. Ja, die Flugabwehrstellung. So. Ist jemand barriert denn gleich? Na komm. Da barriert er sie oder da barriert er nicht? Ja genau. Aufempfang. Verstanden. Panzerdivision ausrücken. Oh. Warte. Oh. Reifen an. Feind anvisiert. Ach. Erstmal doch. Ach. Fertig damit kein Nachschub da kommt. Äh. So ein Schweinehunde. So. Haben Sie im Visier? Auf Sie! Auf Sie! Angriff läuft. So. Das wird noch verstärkt. So. Jetzt hier. Den letzten auch noch zerstören. Dann sind wir auch wieder einen Schritt weiter. Nachladen! So. So. Auch nochmal hier zerstören. So. Ziel bestätigt. Kannst du die Vision ausrücken. So. Verstärkung, was ich brauche. Okay. Alles da rein. Du gehst da rein. Jetzt nicht zu rein. Siegst sicher? Alles bereit? Ja, ja. Der ist sicher, du. Werden zu viele Ingenieure neutralisiert, wird die Mission abgebrochen. Seid vorsichtig. Ich hab, was ich brauche. Bin unterwegs. So, okay. Der ist einer drin. Da ist einer drin. Melde mich zum Dienst. Nur... Der muss. Verstanden. Das kriege ich hin. Mal was hoffen. So. Drei sind drin. Gut. Reparieren Sie die Brücke mit einem Ingenieur. Predator Crew bereit. So. Hier kommt er schon mal runter. Das ist gut. Das ist gut. So. So. Predator Kampf bereit. Auf Empfang. Rucker repariert. Predator Kampf bereit. unterwegs. Packen wir ein und verschwinden hier. Einheit wird angegriffen. Krieger leicht. Falkicher Stütze mit in sich. Nachladen. Sind bereit. Wir werden dort zu wehren. Einmal kommst du mal zurück und kommst du mal zurück. auf hier ein defensiv systeme aufgelassen das bereich feindkontakt wenn ihr könnt jetzt hier so kommt noch die platte nehmen sie diese rüsten Jaja, das ist schon das Ding aller ein, ja. Wo werden wir gebraucht? Lubos, das ist mal hier. Genau an der Grenze steht die Drecksorgung. Ein blöder Penner. Wir können es uns jetzt nicht leisten. Was ist denn hier? So. Geht der auch noch mit drauf? Ich weiß es nicht. Schießen wir mal hier drauf. Oh ja, der Turm, der Turm, der Turm. Komm mal zurück hier. So, lasst ihr erst mal ein bisschen rankommen hier. Du kommst daran nicht hin. Du blödes Drecksteil. Meine Fresse, das ist daran so schwer. Was soll das hier sein? Zivilgebäude. So. Ich bin ja erst mal verstören hier. Ich steck dich mal gleich von vorne hin. Ich steck dich mal gleich von vorne hin. Wieder mit ihm. Feind anvisiert. Bestetige Ziele. Auf Empfang. Aber ich glaube, da hätte ich auch Truppen reinschicken können. Pfff. Nachladen. Haben Sie Visier. Gruppentransporter. Einheit mit angeboten. Rick ist bereit. Roger. Dann schicken die Truppen mal wieder langsam vor. Warten auf Einsatzbefehl. Kein Bock, dass ich wie letztes Mal, dass alle drauf gehen und da ist diese scheiß Türme hier. Obelisk des Lichts. Das sind so eine Drecksteile. Glaubt ihr nicht. Die kotzen mich so an, die Teile. Bringen wir es hinter uns. Feindliche Einheiten in sich. Feindliche Stütz. So. 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 einsatzbereit warten auf einsatzbefehl so warte 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 hier auf nein scheiße mann was warum steckt er sich da vorne hin aber nicht so eine blöde eigentlich in der Karriere ist selten gesehen hier wird er verfolgt bmp wie ist der Plan Kruberreiter kampfbereit Kanterdivision ausrücken unterwegs ich muss die echt hier so hinschicken und ausrücken feindliche Stützpunkt in sich oh oh Feuer Sie haben keine Chance Jetzt versuch's dich Haben Sie im Visier Bestätige Ziel Schafft Platz Ziel bestätigt Dringe in Kampfgebiet ein Springen wir hinter uns Feindkontakt Panzerdivision ausrücken Angriff läuft Feindkontakt Haben Sie im Visier Truppentransporter So Hier nachschicken Okay Aufgepasst Marschbefehl bestätigt Warten auf Einsatzbefehl Bringen wir es hinter uns Panzerdivision vernichtet sie So macht die fertig Lass sie nicht auf den schießen Ich versteh's nicht Rick bereit Ich kann es nicht verstehen Leute Das ist so ein lahmarschiger Fatz gell Das ist so ein lahmarschiger Fatz gell Das ist so ein lahmarschiger Fatz gell Ich kümmer mich um alles So ich bin der Ingenieur So ich bin der Ingenieur So ich bin der Ingenieur Bestätige Ziel Die Beude eingenommen Bonus Ziel ab So kommt mal zurück 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 kommt Zurück kommt Zurück Zurück die schweinehunde so, den reparieren wir jetzt mal Stärkung, ich weiß ja nicht ob die Tür immer ausfallen, wenn wir hier die die Kraftwerke zerstören ich bin mir nicht sicher ich weiß nicht ob wir die halten müssen ich würde jetzt nichts falsch sagen oh egal wo denn, wo denn, wo denn die Einheit wird angegriffen ach da, die macht er doch alleine fertig, oder? und los so feindlicher Stützpunkt in sich so das reparieren wir mal sind bereit Panzerdivision ausrücken erwarten Befehle sind unterwegs so jetzt haben wir hier noch so komm 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 hier hier ist einfach jemand praktisch vor oh ahhh die können's auch nicht die können's auch wirklich nicht lassen ich krieg die Krise guck guck müssen wir da hinten durch jo unterwegs Panzerdivision ziel bestätigt Panzerdivision ausrücken rick bereit komm, du brauchst dich ja auch hier ja auch das hat das hat auch so öelma schild hat geschwollen unterwegs immer schön seitlich verliere keine Zeit wo sollen wir hin so warten auf einsatzbefehl kratzer katz bereit erwarten wir wären dann so weit bringen wir hinter uns ok jetzt repasiert die alle mal brett breiter reifen an mit der welt so schön so verstanden wir sehen euch jetzt außenrum auf einsatz befehlen schnell unterwegs okay jetzt lang feindkontakt verstanden hat der division ausrücken erwarten befehle haben sie gewesen lamra guggelwesen unterwegs greife an radiert sie aus hat er die vision ausrücken zurück 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 aber wir haben uns aber wir haben eigentlich nicht die letzten verlieren was die schweinehunde kommen ich habe aber erst mal meine kleine station hier haben sie wie sie es ist nachladen das durch nicht auf ein kampf mit mann auf sie auf sie kampfbereit so sie weg sind hier ein kontakt so so gut schafft platz der kämpft echt mit denen ein drei panzer gegen eine person auf empfang verstanden die jungs haben schon vorgesehen ausrücken oh oh naja defensivsysteme aufgeladen nein du bleibst hier du bleibst hier warten auf einsatzbefehl roger verlegen wir keine zeit ja ja das schafft da einer der meinung rick bereit wenn nicht wäre das echt traurig wo sollen wir hin und los erwarten befehle defensivsysteme aufgeladen unterwegs starf einheit auf einheit verfangen und auf dem an einheit eine kiel schaffte es schon ich glaube das ist ein bisschen nach ich werde mal gucken was wir die reparieren ständig das war ein Fehlerkumpel wir wären dann so weit verlieren wir keine zeit unterwegs hat der division ausreichend einheit wird an unterwegs hat der division ausrücken defensivsysteme aufgeladen oder nicht mal schnell hoch hier ich habe noch nicht hier blau zu ach so ja klar das ist ja so 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 Wir kennen Ihre Position. Commander, haltet durch. Commander, Panzerdivision, vernichtet sie. Ne, erstmal den Tungel zerstört. Es wurden zu viele Ingenieure neutralisiert. Bonus-Ziel erreicht. Hä? Wieso? Mission geschehen. Hä? Ey, Leute, ganz ehrlich, was habe ich jetzt falsch gemacht? Wieso? Ich habe den noch eingenommen. Ey, verstehe ich es nicht. Ey. Ganz ehrlich, Leute, was habe ich jetzt falsch gemacht? Ihr könnt es gerne mal in die Kommi schreiben. Es waren noch zwei Dinge einzunehmen. Ja, komm, halt die Schnauze, Olli. Boah, langsam nervt mich diese Mission schon. Ey, echt zum Kotzen. Na ja. Ey, ich nehme gleich irgendeinen scheiß Trainer oder so dazu, das Cheat da. Wenn meine Einheiten unverwundbar sind, dann reite ich da ein. Das ist mir sowas von scheißegal. Das kann es doch echt nicht sein. Ich mache alles so, wie es da steht, wie man es machen soll. Die sagen jetzt kein Verlieren, bla bla, aber schauen, wenn nur einer anscheinend tot ist, ist alles vorbei. Dann kann man es ja vergessen auch machen, warum stoppt die Mission denn nicht gleich am Anfang? Das verstehe ich nicht. Also nicht erst, wenn man nur kurz am Ende steht. Das bin ich echt zum Kotzen. Ey, meine Güte. Boah, bin ich wieder angekündigt. Ja, Sir. Na komm. Erwartende Befehle. Kommt mir gleich kurz so hoch an. Ja, ja, Mann. Meine Fresse. Mach die Platz, ja. Die vorgeschobene Basis ist eine schwere Defensivstellung, die beschädigte Fahrzeuge in der Nähe automatisch repariert. Commander, wir wurden entdeckt und Nord hat die Wartungsbrücke zerstört. Ja, ja, meine Güte. Wir müssen ein Ingenieurteam einfliegen, um die Brücke zu reparieren. Das weiß ich jetzt zum fünften Mal. Empfange Nachricht. Wir müssen die... Und los. Feindliche Einheiten in sich. Einheit wird... Rick ist bereit. Auf der Fang. Zielgesicht durchdächtigt. Wird prepariert. Panzerdienst. Wenn ihr in Kampfgebiet 1. Ziel bestätigt... Feindliche Stützungen in sich. Rick bereit. Okay. Melden uns zum Dienst. Sie haben keine Chance. Warten auf Einsatzbefehl. Commander Crew bereit. Haben Sie Visier. Wo werden wir gebraucht? Auf Empfang. Verstanden. Wir kennen Ihre Position. Nähere mich Ziel. Ratiert sie aus. Wir wären dann soweit. Wir wären dann soweit. nochmal hier hochgefahren, damit du die anderen Rechnungen schnell informieren kannst. So. Ich gucke erst mal die 2000 hier ab. Schafft Platz. Erwachen Befehle. Ja. Meine Güte. Die Mission kotzt mich jetzt schon leicht an. Bringen wir es hinter uns. Da war es. Da war es. Da war es. Die Laserwache. Haben Sie im Visier? Ja, ja. Wir bringen Ihnen Verstärkung, Commander. Beginne mit Abwurf. Raus da. Operation Neuropentransporter. Es kann losgehen. Eingetroffen. Ja. Wir haben jetzt. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Zwei. Ingenieure einsatzbereit. Werden zu viele Ingenieure neutralisiert, wird die Mission abgebrochen. Du kommst hier hin. Ingenieure einsatzbereit. Sind bereit. Verstanden. Ziel bestätigt. Jetzt wird es hier hin. Wird repariert. Den reparieren wir jetzt mal. Es kann losgehen. Unterwegs. So. Rick bereit. Und los. Reparieren Sie die Brücke mit einem Ingenieur. Einsatzbefehl. Gruppentransporter. So. Ammonot 2. Raketenkampfbereit. Und wieder die Brücke, die irgendwo hängen geblieben ist. Meine Fresse. Commander. Näher ans Ziel. Sorry. Hab grad gepupft. Operation läuft. Ich hab was ich brauche. Brücke repariert. Erwarten Befehle. Fucken wir ein und verschwinden wir. Einsatzbereit. Ich hab jetzt noch das vier. Geht alles. Nicht nach vorne ferschen. Meine Fresse. Wie oft denn noch. Unterwegs. Lasst wieder aus. Mal kommen die Trenner. Panzer dem Idiot. So. Auf Empfang. Angriff läuft. Stützpunkt in sich. Vernichtet sie. So. So. Wo werden wir gebraucht? Hier vorne. Weitkontakt. Anreiten in sich. Einheit. Warten auf Einsatzbefehl. Einsatzziele erreicht. Ein, zwei, drei, vier, vier, fünf. Imfangen nachricht. Nehmen Sie diese. Ja, ja. Erwarten Befehle. Renatiert rum. Jawohl. Neues. Nehmen wir keine Zeit. Wo sollen wir hin? Ja. Fahrt mal nach vorne, du. Okay. Neues Bonus Ziel. Infanterietrupp. Jede Menge Notfahrzeuge. Stehen einfach so rum. Hilflos. So. Es kann losgehen. Unterwegs. Auf Erdung läuft. Unterwegs. Ihr stellt euch erstmal hier. Was macht der Wurfarm? Er Pünnbull. So. Den denke ich jetzt mal alleine. Den zeigen wir. Neue Einheiten in sich. Zeig sie ihn. Yeah. Kommt schon. Zurück. So. Wie gefällt's euch denn besser? Soll ich so spielen? Äh. Noch weit weg. Bin mal interessiert. Was jetzt? So. Auf den hier schießen? Nein. Nicht Obelist. Nicht Obelist. Nicht Obelist. Meine Fresse. Wir holen sie uns. Den unterwegs. So ist auch gut. Kommt schon. Predator Crew bereit. So. Da müssten doch gleich noch welche kommen, oder? Rick einsatzbereit. Und los. Wo sollen wir hin? In sich. Also klar. Ein Heidrich angegriffen. Gruppenpantporter. Jawohl. Bringen wir es hinter uns. Und los. So. Fahren wir mal ein Stück nach vorne. Und stoppen. Feindliche Stützpunkt in sich. Panzer Division. Wir haben Kontakt, Sir. BMP. Wie ist der Plan? BMP fahren erstmal direkt. Ich meine das Ort. Nachladen. Bestätige Ziel. Ziel bestätigt. Verstanden. Hol sie euch. Wir haben Kontakt, Sir. Hier drinnen, Mann. Wenn ihr wisst, wie ich die aufhalten kann, dass die nicht wegfahren. Dann geht eh mal nach vorne. Ziel bestätigt. Unterwegs. Traum fährt er so weit weg. Nein. Einheit wird angegriffen. Die Intensivstellung. Ja. Auf Empfang. Feindliche Stützpunkt in sich. Hier bestätigt. Bodenunterstützung. Einheit verloren. Treffpunkt bestätigt. Cradenter Cool bereit. Selten so eine dumme Einheit gesehen. Denn zu allem bereit. Los, los. Oh Mann. Oh Mann. Luftanheiten hier fertig. VMP erwartet. Unterwegs. Angriff läuft. Einheit befördert. Predator. Verstanden. Haben sie im Visier. Nachladen. Holen sie euch. Wir kommen. Panzerdivision. Defensivsysteme aufgeladen. So. Du fährst erstmal nach vorne. Bringen wir es hinter uns. Sind bereit. Panzerdivision unterwegs. Fährt an. Fährt erstmal nach vorne. Macht die Platz. Habt Platz. Rick ist bereit. Zeitheit befördert. Verliehen wir keine Zeit. Ja. Unterwegs. Sind bereit. Unterwegs. Erwarten Befehle. Panzerdivision ausrücken. Zielgebiet bestätigt. Jeder mit ihnen. Einheit sich angehoben. Bringen wir es hinter uns. Zum Angriff. So. Commander. Holen sie euch. Ja okay. Die Sigmars tut dabei. Andert läuft. Feuer. Bestätige Ziel haben sie wie sie aufsieht. Aufsieht. Haltet euch. Da bin ich noch einer. Verwürden. Feindkontakt. Ratiert sie aus. Einheit besaut. BMT. Wie ist der Plan? Ich kümmere mich um alles. So. Qualität hat es bereit. Los. Kommt schon. Gruppentransporter. BMT erwartet Befehle. Nichts kann uns stoppen. Diese Obelisten. Lachen unsere Truppen auseinander. Wo sind die Rüstung verfahren? Achso. Ja ja. Predator Kampf bereit. Predator bereit. Warten auf Einsatz. Commander. So. Was ist das hier? Ah. Okay. Die müssen wir auch noch einnehmen. Auf Empfang. Okay. Da war unser Fehler anscheinend vorhin. Uhu. BMT. Wie ist der Plan? Nähern uns Ziel. Panzer Division. Einheit besaut. Erwartet Befehle. Prankentransporter bereit. Brick bereit. Sind bereit. Scheißen an sie euch. Verdumm. Predator Crew bereit. Sie haben noch nicht genug. Hobert's Männer. Feind anvisiert. Ja mach den mal fertig jetzt hier langsam. Erwartet Befehle. Look auf diesen Scheiß-Kinderkran hier. Okay. Ich glaube die letzte Folge hier. Dass ich nicht Geld mehr mache. Das ist die jetzt mal als Doppelfolge. Vernichtet sie. Manchmal war anscheinend doch mein Fehler. Predator Crew bereit. Verstanden. Panzerdivision ausrücken. Verstanden. Unterwegs. Wieder mit ihnen. Auf sie. Auf sie. Einheit bevor. Er kann losgehen. Sprick ist bereit. Einheit wird angelegt. Nachladen. Nachladen. Einsatzbefehl. Ziel bestätigt. Dringe in Kampfgebiet ein. Leere mich ziel. So komm. Wir treffen mal schnell die Bauch. Ich bin kaputt. Einsatzbereit. Wuhu. Gut drauf. Und los. Da. Dring wir es hinter uns. Und los. Ich bin bereit. Sind bereit. So. WMT erwartet Befehle. Näher uns Ziel. An die Arbeit. So rein da. WMT wie ist der Plan? Gebäude eingenommen. Einsatzziel erreicht. Wir gucken mal. Ausbildung. Mammut einsatzbereit. Ehe. Auch gut. Verstärkung näher sich. Einheit wird angegriffen. Mammut Panzer. Das sieht doch schon mal ganz anders aus jetzt. Unbesiegbar. Firehawks sind einsatzbereit Commander. Mammut Panzer bereit. Bei diesem Nachschublager handelt es sich um das größte Depot der Bruder. Schafft in diesem Gebiet. Zerstören Sie die Produktionsgebäude und die Fahrzeuge. Okay. Ja, Sir. Der Firehawk ist der modernste Startflüge der GDI. Seine Feuerkraft und seine Vielseitigkeit sind unerreicht. Nach der Wahl der passenden Bombenlast kann der Firehawk gegen Bodenziele und Flugeinheiten eingesetzt werden. Einheit wird angegriffen. Auf einer Landeplattform kann der Firehawk mit Raketen oder Bomben bestückt werden. Wir haben Kontakt, Sir. Ja. Feindliche Einheiten in Sicht. Neues Bombsziel. Wir stelle ich mal lieber hier hin. Als Verteidigung mal. Okay. Meine Befehle. So, wir gehen jetzt am besten weiter vor. Geheimdienstdaten aktualisiert. Wird verbriert. Völlige Überlegenheit. So. Wo werden wir gebraucht? Warten auf Einsatzbefehl. Ich darf nicht behaupten, machen wir den Obelisten fertig, ne? Als allererstes. Schauen wir mal. Das war, glaube ich, mal das sinnvollste. Feindliche Stützpunkt in Sicht. Einheit für Handel. Oh, die haben ja alle einen Stern schon. Hey, ey. Das war wahrscheinlich gar kein Problem hier. So. Meine Befehle. Jawohl. Warten auf Einsatzbefehl. Bereit. Leere mich. Defensivsysteme aufgeladen. Und los. Wo sollen wir hin? Verlieren wir keine Zeit. So, so, so. Roger. Auf dem Weg. Bin unterwegs. Mammut rückt vor. Wir sind startklar. Alles klar. Gut. In Sichtweite. Predator Crew bereit. Reikert sie auf. Predator. Einheit wird angegriffen. Ja. Völlige Überlegenheit. Erwarten Befehle. Hier geht mal hier rein. In den Panzer. Da seid ihr in Sicherheit. Oh, wow, wow. Völlige Überlegenheit. Feindliche Einheiten in Sicht. GDI-Truppen geortet. GDI-Truppen geortet. Höchste Alarmstufe. Höchste Alarmstufe. Ziel erfasst. Mammut-Panzer. Mammut-Panzer. Operation läuft. Einheit wird angegriffen. Einheit wird angegriffen. Auf zur Front. Mammut-Panzer. Auf zur Front. Meine Befehle. Einheit befördert. Alles klar. Machen wir erst mal den Obelisten hier fertig. Einheit wird angegriffen. Sauber. Schill mit dem. Ja, ja, ja. Wo werden wir gebraucht? Hier unten. Völlige Überlegenheit. Was noch bei uns? Was für Spaß? Macht sie platt. Auf dem Weg. Einheit wird angegriffen. Ich komme. Rick bereit. Mann, jetzt komm, jetzt mach hin. Jetzt sind wir knapp so gut dabei. Feindliche Einheiten in Sicht. Mammut-Panzer. Wir wären dann soweit. Komm, Alter, beweg deinen Arsch dahin. Mammut-Panzer bereit. Einheit verlieren. Jawohl. Mann, Alter. Okay. Und los. Das kotzt mich so an, das Game langsam. Haben sie ein Visier? Das glaubt ihr nicht, ja. Einheit wird angegriffen. Feierhawk ist bereit. Feierhawk unterwegs. Einheit befördert. Staff Einheit geordnet. Feindliche Stützung in Sicht. In Sicht weiter. Wir greifen an. Neuer Kurs bestätigt. Landung vorbereiten. Feind anvisiert. Feindkontakt. Wo ist denn? Einheit verarscht, ne? Feuerzone bestätigt. Unterwegs. Panzerdivision außer. Einheit befördert. Unterwegs. Verstanden. Unterwegs. Es kann losgehen. Warten auf Zielkoordinaten. In Sichtweite. Mal erstmal die hier fertig, die Schweinehunde. So. Los geht's. Ziel bestätigt. Ladet euch mal auf hier. Feierhawk ist bereit. Alles okay. Feierhawk ist bereit. Ziel erfasst. Schauen wir mal, ob wir das jetzt hinkriegen. Einheit wird angegriffen. Der gehört mir. Vollschub. Feierhawk unterwegs. Feindliche Stützung in Sicht. Zurück zur Basis. Warten auf Zielkoordinaten. So. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Sind bereit. Feierhawk ist bereit. So. Und jetzt das Ding hier nach. Schauen wir mal. Panzerdivision. Uh. Einheit wird angegriffen. So. Die CDI kräft uns an. Zerstört alle Fahrzeuge. Ziel bestätigt. So. Initialisiere Video Uplink. Wirklich sehr beeindruckend, Commander. Die Vernichtung all dieser unbemannten Fahrzeuge. Nicht auszudenken, was ich schon, wenn die Ziele zurückfeuern. Ziel bestätigt. Hm. Hier Feierhawk. Alles klar. Er wird verstanden. Einheit befeuert. So. Meine Fresse. Hm. Predator Crew bereit. Alles klar. Gegriffen. Feindliche Stützpunkt in Sicht. Los geht's. Feindliche Einheiten in Sicht. Hm. Alles okay. Nähere mich Ziel. So, komm. Jetzt macht man den letzten Jahr auch hier fertig. Wenn das gut. Mache, ist die Mission dann zu vorbei. Bin ich bitte drum. Kommt bestimmt auch noch eine Nebenmission oder so weiter. Einsatzziel. Und? Ja. Gott sei Dank. Halleluja. Huuu. Tief durchatmet. Wuuu. Huuu. Muss mir echt das Ohrläppchen gerade rein. Huuu. Das in einfach. Das müsst ihr euch mal geben. Meine Fresse. Sarajevo. Alles klar. Spiel mal jetzt mal das, wa? Aber das seht ihr dann halt in der nächsten Folge bei... Kommenten und Konka. Viel Spaß und euer Patte. Tschaui.